Musik 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 Hallo, liebe Lehrerinnen und Narren und vor allen Dingen, Hallo, liebe Kinder. Jetzt wäre es gewesen, 14.11 Uhr, Samstag, der Samstag zwischen den beiden großen Kappensitzungen, das wäre euer Tag gewesen, das wäre die Kinderkappensitzung. Ganz im Stil der Großen seid ihr in den letzten Jahren ganz kreativ gewesen. Eure Tänze, eure Beiträge, eure Sketche, die stehen der großen Sitzungen eigentlich schon in nichts mehr hinterher. Wir sind wahnsinnig stolz auf euch, wir fördern den Nachwuchs, wo wir nun können. Auch im letzten Jahr hätten wir das gerne getan, aber wie wir alle wissen, konnten wir noch nicht einmal ein Training machen. Und das tut uns sehr, sehr leid, aber ja, die Gesundheit geht nun mal vor. Ja, liebe Kinder, trotzdem möchten wir euch ein kleines bisschen Kinderkarneval zu Hause, zu euch nach Hause bringen. Und das machen wir hier in Form eines kleinen Videos aus dem letzten Jahr. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß beim Angucken. Vielleicht sieht der ein oder andere sich selber im Video. Und ja, viel Spaß und schreit einmal ganz laut zu Hause. Kellburg, helle Haut! Musik 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 Das war's. 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 Das war's.